was ist eine corona schlägerei der hat immer fantasien wird mir sehr ausgeprägt das lieben die frauen so an mir ich habe ich mir doch gerade gewundert war auf dem klo und ich habe sie grummeln gehört in meinem handy gewitterwarnung ich dachte du hast es auf dem klo grummeln gehört ich würde schon sagen dünn schuss fertig ich habe das knuckle knife ja fack 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 läuft ja der imo genau rein ein balken weg ich messer und erläufe genau ins messer ein das macht er mit absicht raben oder was war es allerdings wenn wir dann nach church hoch oder nach lower die same church church da müssen wir genau norden kommen hier hoch nenne aber hier 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 verarschen ich hab den clue aber die cell oder fishery aber ist aber es am nächsten ran hat ein hit jetzt in der hütte drin ich habe ja auch getroffen noch einmal aber wird er alleine gewesen sein da ist einer auf der brücke auf jeden fall die frage wo zwei sind es meist auch drei da ist der ein auf jeden fall verstorben drin hier ist ein clou der schreit aber nicht er ist auch nicht genommen er konnte er auch nicht nehmen ich habe die frage wechsel ich das gewehr also wenn jemand also wer mit zwei spieler tot das ist ja ich habe dafür deswegen macht keinen sinn für mich da liegt jetzt eine pumpe ja die verachtung brauche ich nichts von der andere der licht im waggon der hat die sniper dabei gehabt die man in der normalen agrant nur da war wohl was exklusives drin das war unnötig aber ich habe gerade irgendwie so eine fette motto hier gehabt die so auf meinem bildschirm rumflog hier ist ein medipack falls einer braucht ich warte darauf dass man bald nicht regeneriert wie viel lärm wollt ihr eigentlich noch machen ich habe eine herrungenschaft bekommen louisiana freit schickt darunter darunter dann sagt das doch doch nicht mitgekriegt deswegen habe ich ja gesagt wir haben zwei gegner das ist wahrscheinlich wieder ganz dahinten das ist so gut wird sein ich nehme mir so beschüsse verteidigen kann fack ist das Oh ne, da muss ich nicht so gut sehen. Wenn jemand Heilung sieht... Also hier liegt ne Windfield. Da liegt ne Windfield. Ne, ich hab keinen Quartermaster. Das ist die normale, glaub ich. Darf ich lieber mal reingehen? Ja, können wir. Noch ist er weiß. Ja, das ist er weiß. Out, 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 out. Out, 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 out. ist noch war klar jetzt habe ich noch einen balken lea lea pass auf gegner 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 links davon was war eine exklusion also ich brenn es war nicht mehr ich glaube das war der fett die man aber auch nicht sicher aber ich meine das war ein kopfschuss gegenüber muslim heilen wo der assassin hatte ich getötet nein hat mich getötet quatsch warum sieht man das nicht hat er mich getötet dann war es aber auch mehr als ein team noch sein partner ist jetzt komplett tot ja aber der macht jetzt den boss und hilf seinen partner natürlich wieder aus naja gut das war der letzte auf dem server wir haben immerhin ein team gefällt wir haben vier kills fünf kills ich glaube ich zweimal wieder erschossen ja vier dreieger der eine der ist nicht durch uns gestorben sondern durch den hund oder irgendwas das war nur zweier teams bis auf ein dreier team der letzte aus dem team ist gerade fertig gestorben echt ist der doof ich glaube das war der letzte aus dem team ja das war der letzte komplett letzte auf dem server das ist alles klar und dann hat ist er natürlich vergiftet worden und dann kam der fett hier um die ecke und hat den zauberjahr man trifft immer die gerechten dann immer die richtigen trifft immer die richtigen da kam es a bitch war war eine coole runde also ja trotz allem ja fand ich auch da merkt man aber auch dass das keine spieler waren die lange gespielt haben sondern einfach den glück der überraschung hatten vier auch weil das eine team der eines gestorben das waren vierer und seinem partner waren dreier den habe ich mit der schroflinde erschossen und der 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 vierer ich weiß nicht ob er einfach nur all der vier gemacht hat hauptsache raus oder ob er wirklich durch irgendwas anderes gestorben ist weil ich hab ich hab ich hab vier tötungen ja wir waren wir haben zwei zweier teams getötet aber was hat sich denn da erschossen dann ja ich hab den einen typen dreimal getötet ja aber wer hat dich denn erschossen ja aus dem einen team noch der überwiegen war der gerade noch dieser priester ein dreier ach so ja der hat mich auch konfusion der hat mich getötet ja das kommt auch an dem hattel gestorben so und den einen habe ich glaube ich dreimal getötet weil den einen habe ich einmal getötet das war eigentlich also von daher ja der eine der war aber auch echt blöd dann erstmal der bleibt da stehen ja das war jetzt einfach arsch karte dass ich gestorben bin an den assassin sonst hätten wir die gekriegt ja gut ich hätte natürlich aufheben können aber während er das gute ist ja halt beim assassin wenn du glaube ich dieses anti dort noch mit drin das ist ja nicht ganz so wild ja ich hatte aber auch nur noch einen balken und da leerlack vorne also du hättest mich nicht aufheben können das hat nichts gebracht also ich muss den hunter will ich rauskriegen bitte ja der braucht nur drei level ich möchte meinen auch rauskriegen der war auch nur fünf ach guck mal dann nehme ich doch mal einen ja dann nehme ich doch den nochmal wenn ihr hier alle rauskriegen ich habe jetzt einfach eine sheet eingegeben wir kommen jetzt wieder auf den selben server ja aber lustig wir haben jetzt den morchler oder wir gehen über docks blanks egal wie wir laufen ich würde sagen vielleicht da könnten wir schneller machen ja da gut dann machen wir docks blanks und dann rüber und dann machen wir schon mal ja ja jetzt ich habe sie ja ja draw das ja doch und dann ja dann ja hätten die nicht leise diskutieren oder also anfangs hat das ja ganz gut hier geklappt mit der lautstärke immer im raum aber in letzter zeit ist wieder katastrophe ich werde auch wieder laufend im spiel angesprochen von den beiden ja es ist halt doof ja ich sag ja anfangs mit cs war einen großen krach geben hat danach haben sich echt zurückgehalten aber das ist wieder zu lang her das problem ist halt einfach das ist ja nicht nur dass dich das stört sondern wir hören es ja auch die ganze zeit einfach mit und das ist für uns auch nicht gerade vorteil ab weniger hören es lenkt mich auch ab stört ja auch meine konzentration bauplan und kiste und kiste das ist mein bauplan ich habe ihn nicht was sie sehen vor wo ich kam darum aus dem fenster gesprungen kommen dafür christin die kasse ich weiß aber ich habe die tür ausgemacht da ist nachschub da ist gerade irgendwo was explodiert ja ja bei dem schlechte halt ne der wird schon gemacht das war nicht weil das kam irgendwie die richtung sicher dass den kopfhörer nicht verkehrt rum auf hast die explosion kommen aus der richtung dann doch die kommt aus der richtung ja ah wunder meine farm ja dann gehen wir nach batterie runter oder würde ich aussagen ab in den flüssen genau ja komm schauern auch bum bum ich glaube eine explosion am vor der ist dann so lebensmüt und macht den mit bum bum jemand der bum bum mag da ist auf jeden fall das tor offen da ist da war er schon genommen der klug ja ich wollte nur in deckung gehen eisenhütte falls ihr medipack sieht es ist mir ein bisschen zu ruhig auf der karte 38 meter das ist glaube ich nicht gut weil ich nicht weiß wo das herkam das kam von compound das kam von vorn auf jeden fall wo denn die richtung ja ich hab heute wieder ein hit kassiert dafür hat er nicht kassiert da ist auch einer links sind auch welche glaubt wir haben sandwich hier ist auch einer hit hit muss mich heilen pass auf bin dauernd blutungs muni mit der pistole mit blutungs muni ein top mega geil runde und dann kriegen wir wieder aufs maul ist doch normal hand gibt hand nimmt genau und wo kommt der kaffee auf einmal her ich hasse diese silencer waffen weil du hörst einfach nur so einfach so patsch und weg ja aber ich wusste ja woher es kam weil du genau in die richtung gefallen warst ja aber im ersten moment rechnet man nicht damit du merkst du so patsch ja als ich stand hab mich kurz meint ich jemanden gesehen deswegen wusste ich dass der in richtung compound ist und ja das ist ja auch in richtung von uns gefallen also muss der in richtung compound sein mhm es ist so toll ne ich krieg die große ja ausdauerspritze nicht frei was waren ein zweier und dreier und ein vierer das eine ist ein trio team gewesen der nämlich getötet hat und das eine ist ein duo team gewesen mit der bounty und du wurdest von diesem jäger getötet mr morgengame solo spieler aha ich wurde also vom solo mit einer silencer getötet und dann auch von einem trio team läuft ja das war rechts in dem bischen saß nur einer deswegen konnte ich auch nicht mich anders hinstellen weil ich wusste ist ja auch nur einer das war ja der den ich die ganze zeit anpinkte das war wahrscheinlich der solo spieler wahrscheinlich ja den habe ich auch da rüber rennen sehen deswegen wusste ich ja dass er ist aber da kam ja der von nebenher und hat geschossen ja 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 ja